Ich zeige euch jetzt, wie ich ein 20-minütiges Training einstelle mit einer Abschnittslänge von 5 Minuten. Für mein Training muss ich jetzt auf die Taste Training wählen gehen, Neues Training, Zeit. Hier stelle ich dann die Minutenzahl ein, 20 Minuten, gehe mit der Pfeiltaste weiter auf die Abschnittslänge, stelle hier auf 5 Minuten und kann mit dem Bestätigen schon loslegen. Und sobald ich nun anfange zu rudern, fängt das Gerät an rückwärts zu zählen und zeichne meine Ruderschläge auf.